Tach. Ein neues Outfit. Ich bin ein Wikinger. Das gibt mir nicht wirklich mehr Rüstung oder sonstiges als das Explorer Outfit, aber... Ich wollt mal was anderes tragen. Warum ich gerade hier auf der Treppe stehe? Deswegen. Du bist doch vom Hei nach dem Dragon Rider, oder? Ja, das bist du. Hi. Oh, hello there. An honor to see you again. This room is not as it seems. There are two, not one pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only runs on Miracles. Shall I provide you with one? Miracles? Move Path. Ja, jetzt gerade nicht. Vielleicht... Das machen wir später. Ich hab nämlich keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Was? To cast Miracles, you must have strong faith in the gods. Miracles began as tales told by gods. We preserve their will with law, pray to their greatness, and are blessed in retirement. You must nourish your faith. Wow, du hörst dich schon ein wenig an wie ein... wie ein Zeuge. What is the first flame? Well, it's... Hmm... You're not ready to comprehend it, I'm afraid. Du weißt es selbst nicht. You require more faith. And more miracles. Many more miracles. Du hast selbst keine Ahnung, oder? To cast Miracles, you must have strong strength. Miracles began. We preserve. You must... Okay, damit habe ich ihren Dialog wohl. Na komm. 2000 Seelen, damit sie dem... Good. Machen wir. Und dann. Go ahead. Thank you. May the power of miracles be with you. Offer your souls to the gods. Hmm... Ich könnte mich irren, aber sind die Götter nicht irgendwie alle tot? So ziemlich. Ich weiß... Wobei ich habe keine Ahnung wann Duxville 2 spielt. So... I don't know. What? Hello? I don't know who you are, Boop. But... Believe me be. The frailty of the wind just rocks. But dark. Leave me alone. I'm interested in one thing. Dark. You haven't the gift. Dark? Leave me alone. I'm interested in one thing. Dark. You haven't the gift. Ich... Brauche ich Dark Sorcery? Oder sowas? Damit der mit mir spricht. Oh, halt. Huntman's... Copes. Okay. Immerhin haben wir ein neues Bonfire gefunden, I guess. Wozu alle sind wir? What? Wo kommt der Wald auf einmal her? Warum... What? The fuck? Naja. Ich nehme das Bonfire und kaufe wieder ab. Nach Majula. Achso, ja. Ich habe auch ein neues Schild auf dem Rücken, wie man vielleicht sieht. In der Hoffnung, dass ich jetzt das Schild mehr benutzen will. Denn... Als ich farm war in No Man's Wrath, ich hätte einfach mit dem Schild da stehen sollen, wenn sie ihren Chartergriff benutzen. In den meisten Fällen sind sie nämlich abgeprallt. Ja. Äh... War der nicht hier? Sollte der nicht hier irgendwo sitzen? Nein, ich... Nicht anfangen zu legen, Spiel. Come on. Oh, da ist er... Oh. So, ihr habt endlich entschieden, uns zu befreien. Lass uns unsere Exploration der Sorcerie resumen. Ja, er kann die re-inforcen, aber wir brauchen dafür eine Fire Seed, apparently, und wo auch immer wir die herkriegen. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even conjure up new spells here. Sorcery is yet a mystery, even to me. Let us mature together, young pupil. Okay, cool. Use scrolls to unleash the power of sorceries. But the power of each scroll is reliant on that of its owner. The untrained cannot wield a scroll to its proper potential. Never forget, young pupil. There are no shortcuts to mastery. My sense of dark power here. Something akin to sorcery. Only more primordial. I wish to find out more about it. But as we see, this place is in ruins. Just what happened here? Good question. Vielleicht sollte ich irgendwann mal dieses Loch darunter springen. Vielleicht finde ich ein bisschen Dark Sorcery oder so. Und dann will da eine Tümer mit mir reden. Sorcery was created long, long ago. Some say it was originated by the great pale being. But we've no way of knowing if such claims are true. Many sorceries were lost over the ages. Before Pyromancy, there were fire sorceries. But they are long forgotten. On my trip here, I met a strange girl once or twice. After a time, I never saw her again. I wonder where she went off to. We spoke only a few times, but... A fair lass, if a bit clumsy. I hope that she is safe. The forces of magic and souls lie dormant. It is a nice source. Okay. Okay. One day my teachings will save you. Okay. Dann gibt es eine andere Sache noch, die ich machen will, denn... Wobei, machen wir erstmal nochmal was anderes. Ich habe in der letzten Folge was aus einer Kiste gezogen, welches... Apparently, wenn ich es verbrenne, nämlich das hier, meine Estus stärker macht. Von daher verbrennen wir es. Ja. Estus Flask plus eins. Nice. Okay. Weiter geht's. Ein weiteres Item, was ich offenbar aus einer Kiste, glaube ich, gezogen habe... ...ist um Statuen aufzutauen. Und die erste Statue, die ich auftauen will, bist du. Das heißt auftauen halt, entversteinern. Ich glaube nämlich, du bist genau die Person, nach der ich gesucht habe. Ich war ein Basilisken auf der anderen Seite. Danke. Danke. Brauchst du was zu trinken? Ich habe einen Estus. Ich bin... ... petrified... ... hart... ... zu... ... zu... Gib mir... ... einen Moment, bitte. Bitte. Ich bin gut. Ich denke... Nein, nein, nein. Ich bin gut. Wirklich, ich bin. Bist du sicher? Ähm... Mein Name ist Rosabeth. Danke sehr... ... für mich... ... zu retten. Oh... Oh! Du bist der Reaktion. Was? Ich habe noch nicht gegründet. Na gut, ich bin ein Pyromancy. Ja! Also... ... vielleicht... ... du könntest das meine Dank? Prisms? Wait, what? Ich finde, du siehst super aus. Ähm... ... ich liebe dich weiter zu verdienen. Also... ... wie du schon hast... ... meine Leben... ... aber... ... einfach mal auf mich... ... meine Kleine sind in Tatters. ... ... hast du irgendwelche Kleine... ... die du könntest? Ich nehme alles... ... was du nicht brauchst. Ich nehme alles. Ich bin nicht besonders... ... als es zu apparen. ... ... alles kann alles. ... ... einfach... ... es auf dem Boden... ... und ich werde es in späteren. Oh, ist das eine Sache? Kann ich bei dir verkaufen? Wieso kann ich dir Equipment geben? Hm. Ich meine, ich glaube, ich habe ein paar Mal... ... das Pyromancy-Set komplett. Ich könnte hier das droppen. So... ... 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 Und dann nochmal Geld investieren, um sie zu upgraden. Okay. Vielleicht finde ich ja ein paar. Wait. Wenn ich nochmal Fireball ausrüste, habe ich dann mehr Fireball? Ich glaube, ja, oder? Let me buy Fireball. Combustion is nice and all, aber ich will mehr Fireballs. Give me Fireballs. Ich habe ja zwei Attunement Slots, ich sollte also jetzt mehr Fireballs haben. His name is Karelian of the Fold, a famed sorcerer in Melfia, our hometown. You don't see. I was fascinated by sorcery. And so, well, he's so unique, you see? When he set out for Drang Lake, I couldn't let him go alone. But we were separated. Quite early on, I'm afraid. I'm rather unskilled. The Lord probably ditched me. But, oddly, I'm a fast learner when it comes to pyromancy. What we're fascinated by, and we're skilled at, are not always the same thing. Why can't I just focus on what I truly enjoy? Oh, dear. I shouldn't be so choosy. It's hardly my place. I have my very own teacher. I was, went, but... Thank you so much. I'm very happy for this gift. After I change into this, I'm heading for Mejula. Hmm. I'm not sure where I might find the Lord. But perhaps Mejula is my best chance. So I don't have to drop anything anymore, so that you can collect it. Did I understand that correctly? Because you said that I should drop it. I should just put it here on the ground. Maybe it was just a matter of the word, yes, yes, yes. I say, let it on the ground, but... Hey, colleague, I've solved the problem here. What do you have to do? Don't play. Play. Clear the way, as you're doing with it. Don't think you had it in you, pal. No, no, no. That's not like it sounds, no. It was a pleasant surprise, that's all. Name's Ben Hart. Thanks to you, I can resume my journey. If we share the same path, I'm sure that we are going to meet again. I'll repay my debt to you in battle. I swear it, by my sword. The road ahead is going to be long, but I'm here, to help. Wisst ihr jetzt, wie Luke-Up-Teal, schätze ich mal, sowas wie ein Summon, was ich jetzt immer holen kann? I am in your debt. Nicht wirklich. It's a true man who honors his debts and I'll see mine paid. I swear it, by my ancient sword. It's very ancient looking. Thank you. I am, I swear it. Wow, ich hab einfach nur die Statue aufgetaut und er ist gleich so, oh, ich schulde dir alles. So, man sieht unten, ich habe 16 Fireball. Oh, wunderbar. Und was ich off-camera gemacht hab, da ich nicht wusste, dass er nicht mehr spawnt, ich hab den Drachen getötet. Ohne dabei zu sterben, will ich mal hinzufügen. Aber es war knapp. Dann hab ich diesen Schalter gezogen, der hochgekommen ist und dann hat sich dieses Ding hier runtergedrückt. Und ich habe so eine Ahnung, dass dahinter ein Boss ist. Fünf Human... Nice. Frage ist, benutzen wir jetzt eins? Ah, you know what. Why the fuck not? Wie viel haben wir? 22. Vielleicht soll ich es lieber aufheben. Wie sieht unser Leben gerade aus? It's fine. Let's do this. Ich wusste, es ist ein Boss. Äh... Ornstein, bist du das? Du bist nicht Ornstein. Du hast uns eine Rüstung geklaut. Gut. Aue. Aber... Du bist, glaube ich, nicht weniger gefährlicher als Ornstein. Darauf hat er gewartet. Wie er sich mit mir mitdreht. Hier ist eine Säule. Hier ist eine Säule. Uiuiuiui. Das war viel zu früh. Das war viel zu früh. Could you please not? Was macht er denn jetzt? Jetzt hat die Welt gesehen, dass du nicht Ornstein bist. Ornstein hätte mich mit Lightning angegriffen. Nicht mit Dark Magic oder was das da war. Wieso habe ich ihm gerade so viel Schaden zugefügt? Habe ich ihn gekrittet oder sowas in der Art? Ähm... Oh. Das geht hier gar nicht weiter. Towershield? 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 Okay. Äh... Guten Tag. Transient Being? This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Transient Being? Transient Being. You would be go... Wait, what? Transient... You would never make a knight of the blue. And I have nothing more to say. Be gone. Muss ich den Ring vielleicht ausrüsten? Transient Being. You would never make a knight of the... Be gone. Okay. Muss ich vielleicht ein Mensch werden, damit er mit mir spricht? Ich schwöre, wenn du mich das jetzt hast wasten lassen. Transient Being. What? You would never make a knight of the blue. And I have nothing. Be gone. What? Jetzt habe ich ein Human Effigy zum Fenster ausgeschmissen wahrscheinlich. What? Wait, what? Was geht hier weiter? Ein Bonfire? But... But why? Trägt sie jetzt das Pyromanten-Outfit? Tut sie. Das gesamte Set. Looking good. Oh, there you are. I'm here in Majula. Thanks entirely to you. You even were kind enough to close me. Thank you so very much. The only thing I can offer is Pyromancy. But if that might help you, come to me. Oh, yes. Ich kann also ständig ihr Outfit wechseln. Ich muss ihr nur neue Kleidungen geben. Interesting feature. Okay. Ähm. Ich will... Zwei davon. Ich will meine Pyromanty Flame upgraden. Das wirst du jetzt auch tun für mich. Einmal. Und zweimal. Thank you very much. I finally tracked down my teacher. But I've decided to keep at it alone. I need to see what I can achieve by myself. Fair enough. Master Karelian and I are from Malphia to the south. A land lush with sorcery and pyromancy. Master Karelian polished his art at one of our renowned magic academies. But he argued that the academies were terrible places to learn magic. This quite angered Master Glocken. My previous teacher. Okay. Once Master Karelian spoke excitedly of this land. He made talk of the remnants of some great power. And the deep abyss that surrounds it. I tried to ask more. But he didn't seem to hear. Oh. I'll never be good enough. Will I? That's not true. It was a perilous trek across the mountains. I've faced the most frightful things. The number of times I nearly died. I finally tracked down my teacher. But I need... Okay. I'm always here. So come and see me when you're in town. Sure will. Was sagt dein Lehrer? Weiß er, dass du da bist? Hallo. Oh, there you are. Do you seek my teachings? Nein, aber vielleicht deine alte Schülerin dahin. Ich mein, ich hab sie... Oh, gut. One day my team... Might as well be the case, yes. So. Was hast du dazu zu sagen? Die Stadt wird langsam voll. Ist das nicht toll? Quite a hive of activity we are these days. I'd forgotten how much comfort a little companionship can bring. Nicht wahr. Once I'd lost everything. But now... I am grateful for what you have taught me. It is very little. But please, take this. Solvessel. Do you see the way you... Okay. But don't vent. May you find peace on your journey. Das Spiel leckt mal wieder, aber gerade bin ich nicht in einer gefährlichen Situation. Alright then. Auf zu neuen Abenteuern. Also, Los Bastil. Zeig mir, was du kannst. Den Satz von gerade werde ich so hartkuchen wollen. Ich seh dich. Was hat mich getroffen? Krieg ich vielleicht gerade von zwei Seiten? Tue ich. Tatsächlich. Das ist nicht sonderlich viel Heilung. Wie der mich noch trifft. Ich glaube, es hackt. Das hat mir jetzt nicht allzu viel gebracht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, durch die Leiter würden wir eh da unten landen, oder? Würden wir. Ach, da oben? Dachte ich mir. Damit habe ich es wieder drin. I guess. Huiuiuiuiuiui. Ich höre einen Hund, aber ich sehe keinen Hund. Ist der im Raum vielleicht drin? Ah, der im Raum. Äste Schad. Ja, endlich mal wieder. Hallo. Warum? Warum? Hm? What? Huh? What? 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 Now come down here and fight me you bitch Cool Ouchies Nur du? Irgendwie glaube ich dir, irgendwie trau ich dem ganzen Partner nicht Offenbar wirklich nur er Nun gut Okay Ihr bleibt da hinten Gut Da ist ne Leiter, die ich wahrscheinlich runterkicken kann No wait Wait a minute Large Titanite Shard Okay Look at here, bist du das? Warte, ich komm mal runter Ouch My ankles Ich dachte, das könnte dich sein Du hast nicht ein bisschen verändert, hast du? Je länger ich hier bin, desto mehr verrückt Ich entdecke Ein wunderschönes Ort, aber nicht ohne Träume ihrer formeren Glück Was könnte so eine Degradation haben? Wahrscheinlich Ein Mysterium, nicht wahr? Ah, ja Ich habe dich nicht dankbar, dass ich mich den letzten Tag beurteilen habe Eigentlich schon Das ist für dich Hast du mir nicht dein Schwert angeboten? Quasi deine Kampfkraft? Das reicht Aber das reicht Natürlich Ich habe keine Ahnung, was es ist Oh, ich kann das gut benutzen Danke Thank you Our Land of Mirra is surrounded by enemies And constantly at war There is only one way up in Mirra Join the order and prove yourself in battle The last order My family had little fortune and no name I had to carve out a piece of the world for myself With two things My sword and my loyalty to my lord Ich habe Schritte gehört Das ist ein Spieler, okay Ich wurde aufgeräumt, um ein Schwert aus dem Herzen zu schützen Das Leben war hart, aber ich gab es nie einen zweiten Gedanken Ich hatte auf der battlefield Ich hatte schnell Erfolg auf der battlefield Und habe schnell gespeicherte Stattung Und dann Und dann kam ich hier Ja Du hast es vergessen, oder? Habt ihr gehört von den Unmarschern? Diese verletzten Säulen, die verletzten von der Kurs Ein Unmarschern verletzt seine Menschheit, bis seine Wissen komplett verletzen Der ist ein Unmarschern Dann schlussend, er ist ein Unmarschern Und ein Unmarschern kann niemals sein werden Ich habe einfach nur die Musik geholfen. Ich habe nur die Musik geholfen. Ich hoffe, dass sie wirklich sind. Ich kann nur die Musik geholfen. Das sind sie. Oh, ich habe nur die Musik geholfen. Oh, ich habe nur die Musik geholfen. Oh, ich habe auch hier. Okay. That's fine. You know, ich bin auch ein Untoter. Von daher. From the other side. Okay. But... That's fine, Lucatiel. I've seen worse. Schau dir Deadpool an. Also, Lucatiel war jetzt nur wirklich nicht ugly. It's locked. Also, ist der Schlüssel nicht für diese Tür hier. I see. That was a point of no return. Okay. Ha. A statue blocks the way. Scheint also, ich hänge erstmal in der Lost Bastille fest und komme nicht weiter. Hier sollte ich nicht runterspringen. Wobei, ich sollte doch hier springen, aber... Das war sehr dämlich. Okay. Ich... Äh... Ich geh mal die Seelen holen. I got a little problem on my hand here. Oh, okay. Oh, okay. Der... Der kam completely out of nowhere gerade runter. Okay. Wtf-Spiel. Wtf-Spiel. Erstens, Wtf-Spiel. Zweitens, wieso ist der Pissure da? Ich hab den gekillt. Wieso... Wieso ist auf einmal der Pissure vor mir runtergesprungen? Okay. Wieso ist der Pissure runtergesprungen? Wieso gerade da? Wieso nicht vorhin? Wieso? Wtf... Ah. Möhmen-tion. Oh mein Gott. It works. Nice. Hier kommt der neuen Challenger. aber immerhin war es nicht so spiel hör auf zu lenken okay oh stimmt du bist ja tot ich dachte das wäre gerade ein zweiter was ist doch der jetzt einfach da steht und wartet will du bist eine falle dann rast dich aus okay noch ein erstes show wir hätten gerade auf dem herald einfach so ein bonfire ist einfach ein bonfire einfach so warte mal ist das jetzt wenn ich mich umdrehe steht dann basilisten kann oder wie wow wow oh life jump what the what the fuck are you der hat ein ambus an der kette rumgetragen human effigy thank you i need them scheint irgendwie eine meiner hauptsätze zu sein in dem gesamten spiel what the fuck are you wieso sind hier so viele messages message message ahead then message ahead vision of message try message hurra vom message was soll es hier los shaded woods die frage ist sollte ich schon hier sein only one way to find out jaja du isst mal deine leiche da vorne schön weiter äh charakter warum greifst du nach rechts an was zur hölle es wäre lecker okay das war eins das wieder wieder ein ambush die werfen steine was seid ihr krillin aua bleibt stehen stehen ahaha item nice lockstone sehr gut ah ah Soja mal gar nicht. Mein Gott. Ein Bonfire. Okay, ich glaube, ich nehme das Bonfire, bevor ich mich hier weiter umsehe. Das hätte eine Illusionary Wall sein können. Was ist denn hier? Okay. Typen mit Schilden. What? Stehen hier zwei mit Bögen? Ich laufe einfach mal den Pfad lang. Äh. Ähm. Wie? Was ist falsch mit dir? Was ist falsch mit euch? Wie zur Hölle lauft ihr? Was zur Hölle? Oh, ich bin schon so weit zurück. Twinkling Titanite zwei Stück. What? Ich meine, ich hatte eine Vorahnung, aber... dass das legit ein Gegner ist. Ich habe schon gedacht, der Geist bewegt sich aber sehr, sehr merkwürdig. Ich kann ja noch nicht anvisieren. Okay. Ich kann ihn nicht anvisieren. Das ist gerade sehr, sehr kackig für mich. Was zur Hölle? Ich dachte schon, der Geist ist verdächtig lange da und bewegt sich echt komisch. Strang Slayer's Crescent X. Message. Shrine of Winter. Winter is coming! Seek mightier souls. Hier also lang zu gehen hat mir nichts gebracht, außer ein paar Mal aufs Maul zu kriegen. Okay. Seid ihr... Was zur Hölle? What the... Okay. Ihr lockt mich doch so hart in den Hinterhalt. Au. Schlimmer. Wie süß. Ich kitzel den ja regelrecht. Okay, ihr Mistviecher hier. Jetzt wollt ihr kämpfen? What? Haben die mich versteidert? Bin ich cursed? Was ist gerade passiert? Oder ich mach's einfach so und komm den gar nicht erst nah genug. Geht doch. Crescent X. Red Tear Stone Ring. Noch einer von deiner Sorte, ey. Das hat dich nicht getroffen? Das hat dich aber getroffen. Na komm. Produce the symbol of the king. Mal wieder. Noch so eine Tür. Also auch dieser Pfad hat mir letztlich nichts gebracht, außer dass ich verprügelt wurde. Oh Gott, so viele Leichen. So viele Bloodstains. I am so excited. Ist das die Kamera so nah an meinem Charakter dran? Das ist nicht gut. Hier sind sehr viele Leute gestorben in der Ecke. Ich höre was. Habe ich da was gesehen? Oh mein Gott, ich sehe dich ja fast gar nicht. Was ist das denn für Bullshit-Gebiet? Er kommt auch nicht näher Ich sehe ihn nicht mehr Ich höre er ist da, aber Echt jetzt? Dass ich den nicht anvisieren kann, ist so retardend Okay, ich glaube hier ist das Bastardschwert doch besser Okay, laufen wir mal hier die Wand entlang Ich habe nur gehört, wie Schritte sich nähern Ich habe nichts gesehen Meine Fresse, ey Was ist das für ein Bullshit? Wie bist du gestorben? Jetzt zeig es mir nochmal Ihr wurdet gebacksteppt Das heißt, die Kiste ist ungefährlich Da ist ein Spieler Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade lang gehe Unter mir ist einer Oh Oh Ich habe keine Ahnung, wo ich bin Aber ich glaube, ich habe geschädelt Du wurdest hinter mir Hinter mir Hinter mir Wie ein Bonfire, you say Ich glaube, ich gehe nochmal zurück Find work. Souls are always appreciated. Visions of head, in short whole head. Leave me be. I like it quiet. Leave me be. Ich weiß nicht mal, was du bist. What business have you here, Traveller? You may call me Vengal, if I deserve a name in this sorry state. It is rare to flap these guns. This is pleasant. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long brutal fight and then somebody killed me. Or so I thought. I came too. And found myself like this. I don't know what explains it. But it's not so bad. Really. And now I watch the days go by. And gaze at the night sky. Thinking of the finer things. Far removed from war. I'd grown weary of battle. But did not realize it until now. I know not what brings you on this journey. Nor will I deign to ask. You may bear a great burden. But don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions. My body. Headless. Raging without me. My body wielding my sword. A sword forged only to kill. My body will show no mercy. If you see the wretched thing. Stay. Far. Away. What the fuck are you man? I learn new things every day. Things never learned in battle. And thanks to you. I've recalled the joy of conversation. If I can help you. If you require something. Do speak up. I don't know who you are. The captain. The captain. What? I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes. But we soldiers stared death in the eye together. And for his highness. I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. I was born in Feroza. To land in the distant east. When I was born. We were already mired in prolonged conflict with our neighbors. Eventually. Our kingdom fell. And our people scattered. I've been a sellsword ever since. All I ever knew was war. And I can imagine no other way to live. What a fool that was. Irgendwie muss man durchs Leben kommen Kollege. Irgendwie muss man durchs Leben kommen. I am grateful for these peaceful days. But such contentment lies only in the here and now. Why must life be so confounding? Thank you for lending an ear to my ramblings. Here. Take these. I have no use for them. Rengards Helm? Go along. And resume your journey. Okay. Farewell. I will retire. To my silence. Are you this weird helmet? Or are you the one in the middle? I don't know. I don't know. Uh. We got a helmet from the colleagues. Oh. Oh. The helmet is good. He was not unlike a mad beast. Okay. Okay. What? Try right and then treasure. Oh. The fire seat. Are you kidding me? Yes. What? What the fuck? Should I have cursed? Was that good or bad that I have destroyed the thing? Is that good or bad that I have? What? That's weird. I have a good head. You couldn't hit the shield. Or am I saying. It's a bad head. If you go. There's so good head. It's a bad head. I'm gonna be a good head. Flame Butterfly und drei Torches Nehm ich Oh Gott, das ist der falsche Krug Was heißt das? Ich war cursed, was heißt das? Was war das gerade? Ich verliere Maximum Leben Ich verliere einfach Legend Maximum Leben dabei Ach du Scheiße Aber ich glaube tiefer kann es jetzt nicht mehr gehen Ach ja, ich kann die ja nicht anvisieren Right Und damit habe ich mein letztes Highlight-Item verw- War so eine kleine Kritik Okay Pass auf Gegner als Spieler Phantoms zu tarnen Bin ich sogar Fan von Es ist eine super Idee Es ist eine super Idee Die Idee, das hat was Okay Das hat was Ist keine schlechte Idee an sich Finde ich, finde ich okay Gut Kein Thema Warum kann ich die nicht anvisieren Warum kann ich die nicht anvisieren Hätte ich die nämlich anvisieren können Wäre ich gerade nicht gebacksteppt worden War ich hier schon mal? Ich glaube nicht Petrified Dragonbone Ersatz fair Interesting Was mich raten Da unten ist ein Basilisk Nein Da unten ist Doch, da unten sind Basilisken Wieso höre ich eine Taube? Du bist ein Spieler Du bist ein Spieler Du da hinten bist kein Spieler Spieler Hat er mich erschreckt Spice Okay, damit bin ich an Deck Are you kidding me? What the fuck are you? Du hast Poise Mir gefällt nicht, dass du Poise hast Nein, great X Ihr seid Ihr seid Furries Noch so ein Furry Au Oh Ah Ah My Backbone Ja gut Okay Ich hole eben die Seelen Dann geht es noch mit Jula Dann ist Schluss für heute Achso, habe ich eigentlich schon unsere Stats präsentiert Ich habe ein bisschen gelevelt Ein bisschen Wir haben fast unser Softcap an 40 Strengths voll Ich bezweifle, dass wir mehr brauchen Und wenn, dann Naja Gucken wir mal Ich glaube, nachdem ich mit Strengths fertig bin Hätte ich entweder Mehr in Defense Attunement Oder Attunement Ja Mal schauen Hallo Ja, me too Ich bin auch froh, dass es mir noch gut geht Give me this And reinforce my flame And reinforce my flame Eins Und Zwei Thank you Wait, what is this? Da Lowest requirement Faith by one For chosen spell What Warum existiert so ein Item überhaupt Hello Yeah, you know what, why not Give me Ich will erstmal Das Combustion ist gut I'm always here So come Sure Oh ja, stimmt Ich kann mein Essens upgraden Here To see light However Also nicht upgraden Aber Mehr Usage Please Hallo Ich drücke die ganze Zeit nach links Aber es passiert nichts Ab 16 kriegen wir noch einen dritten Slot Und darauf werde ich jetzt schon mal hinarbeiten Ja, mit der Strengths kommen wir momentan ziemlich gut aus Ich hole uns einen dritten Slot Für Combustion Ich habe jetzt wieder ein wenig, was ich abfarmen und entvölkern kann Okay Haben wir nach dem Dragon Slayer noch irgendwie einen Boss gemacht heute? Ich glaube nicht Nö Gut Dann werde ich jetzt diese ganzen Gebiete entvölkern Und ja Dann geht es beim nächsten Mal weiter Bei unseren fröhlichen Adventures Oh boy